Wenn sie mit dem Ärmel spielt, dass sie doch spielt, sie will. Ich hab so Antike, dann führe ich mich auch nicht. Und dann will sie nicht. Dann weht sie sich rundherum und sie will. Aber ich sag, was tun wir denn? Dann ignoriere ich sie. Jetzt kommt sie zu mir. Sie muss jetzt einfach die gewisse Regler lernen.